Moin Leute! Willkommen zurück! Der Bär hat das Netz und der Hai unser Floß, verdammt! Unser Floß, jawoll. Hey Leute, ich habe das Netz gebaut mit Phil zusammen. Ja genau, ich war dabei. Ich habe es zwar nicht gebaut und ich habe nichts beigetragen, aber ich habe nebendran gestanden. Und Phil war auch dabei. Genau. Und ich bin auch dabei. Genau. Ein Hai von hinten. Nee. Oh Mann ey. Ich glaube schon. So, schnell durch die Lücke durch. Ja, schnell, schnell. Hier ist Hai freie Zone. Ah, sag das nicht so laut. Doch, tatsächlich. Nee, nee, alles gut. Passt, 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 passt. So. Pass auf, er kommt doch, er kommt doch. Was, er kommt doch? Lull. Er kommt doch. Beil dich. Jetzt will er dich. Okay. Ich habe ihn platt gemacht, oder? Ja. Ich kann es nicht nehmen. Kannst du es nehmen? Ja, jetzt kann ich es nehmen, ja. Das ist halt das Problem, ne? Komisch. Ja. Dann der Flachwasserhai. Weißt du noch? Ey, Hilfe. Wow. Ich war wieder in den Boden gestackt. Weißt du noch, als der Hai sich mal festgefahren hatte? Ja, ja. Das war ne schöne Zeit. Das stimmt ja. Oh, jetzt haben wir ja wieder dieses blöde ätzende Zeug da vor uns, ne? Nein, wir müssen da erstmal nicht hin. Diesen Parcours-Teil müssen wir nicht. Nee, erstmal wollten wir doch jetzt den anderen Stuff erkunden. Ja, ja, aber ging das nicht einfach alles da lang? Äh, nee, da müssten irgendwie noch andere Stationen sein. Ja, ja, genau. Aber ich dachte, die wären... Ah, nee. Stimmt. Aber weißt du noch, bei welcher Station wir waren? Hier ist der Wegweiser. Ja, ich... Relay Station 2, die Ranger-Station, die Station 4 und die Station 6. Will, hier war ein Bär. Ja, ist okay. Aber wie soll man denn bitte an die da oben rankommen? Das ist doch voll der Prank. Nee, du musst die unten nehmen. Ja, aber die kommen ja gar nicht runter. Ach, doch. Wenn du böse zu denen bist. Vielleicht musst du einfach hier so mal reinschweepen. Weil hier ist nämlich... Guck mal, hier, vielleicht kannst du... Nein, nein, nein! Kommen Sie, bitte! Nein. Guck mal, hier ist so ein Nest. Vielleicht kannst du da irgendwie mal draufhauen. Nö, ne? Nee. Ich könnte nur dieses Nest nehmen. Oh, der Bär kommt. Phil, machen wir dieses Agro-Pingpong wieder. Ja. Zeig's ihm! Zeig's ihm, Phil! Immer in den Hintern. Jawoll! So. Eins Leder. Äh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ja, ey, ich hab sie! Hast du? Ja! Vorstimmend. Fünf Stück! Ja, nice. Dann schaffst du die anderen auch noch? Kein Druck. Im besten Fall schon. Nein, gib Gas, Junge. Vor allem, wieso gehen die da weg? Ja, das... Das sind wild. Kannst du... Guck mal, wenn ich mich hier hinhock... ...fliegen die da hin. Wo denn? Wo bist du? Hier, neben dir. Unter dir, auf dem Boden. Zeh dich nicht. Ja, ein Stückchen weiter. Hallo! Du bist unsichtbar. Achso. Ich bin nicht der Bär. Ich hab nur den Kopf drauf. Phil, ich muss nur kurz noch warten. Du kannst vielleicht vorgehen, wenn du möchtest. Die kommen hier an diese Stelle. Das ist optimal. Ja, ich hätte mich jetzt mal als Leiter angeboten. Aber ich bin doch hier viel höher, oder? Das stimmt. Aber vielleicht langt es, wenn du auf mir stehst. Komm schon. Bitte! Ach, Mist. Das ist aber auch ein bisschen beschiss, ne? Hä? Dass die da so weit oben fliegen. Er ist untergefallen. Also du kannst auch versuchen, hier hochzukommen. Ach, vielleicht muss man hier normalerweise so eine Plattform bauen oder so. Ja, aber du kannst ja nicht außerhalb von Floß bauen. Echt nicht? Doch, bestimmt. Nö, normal nicht. Vielleicht sind die auch. Pass mal auf. Bist du bereit? Warte, warte. Ich bin jetzt ein bisschen vor dir. Ich nehme jetzt hier einfach mal die Bienenwaben mit. Vielleicht greifen die mich an. Ah, die haben mich gestochen. Habe ich die bekommen? Ja, ich habe sie bekommen. Zehn Stück jetzt. Okay, nice. Okay, gut. Dann können wir jetzt unsere eigenen Bienenstöcke machen. Die Honigwaben habe ich trotzdem mal mitgenommen. Ja, ich nehme die hier auch mit. Hast du die da hinten auch mitgenommen? Ähm, wo wir als erstes waren, die nehme ich gerade mit, ja. Okay, sehr gut. Dann haben wir jetzt auch drei davon. Vier sogar, aber auf dem Schiff haben wir auch schon eine. Ja, du kriegst immer drei Stück. Tja, dann noch mehr. Dann noch mehr. Drei mal vier. Äh, fünf. Äh, eins plus eins ist nicht zwei, sondern drei. Ah, verstehe. Okay, bei der Ranger-Station waren wir schon. Dann waren wir vermutlich auch bei Relais-Station zwei, ne? Dann müssen wir jetzt zu Relais-Station vier und Relais-Station sechs. Genau, von hier sind wir runtergekommen, würde ich sagen. Das bedeutet, wir sollten mal hier hoch? Genau. Oder nee, sind wir genau hier? Nee, wir sind hier rechts, wir sind schon hier rechts hochgelaufen. Sind dann aber irgendwann links über die Felsen runtergelaufen. Will, ich bin komplett desillusioniert. Ich sehe dich einfach nicht. Ja, du bist ja auch weg. Bist du weitergelaufen? Ich bin weitergelaufen zu Relais-Station vier und sechs. Okay, warte kurz. Ich habe dich auch verloren. Ist weg! Ach, da. Und da vorne kommt nämlich dann der neue Wegweiser. Mein Status ist soweit ganz gut. Also ich bin weder hungrig noch durstig. Ach, ich bin immer hungrig und durstig. Gibt es wieder Nacht, oder was? Ja, natürlich. Relais-Station vier und sechs. Das ist zu anstrengend einfach. Wir sind fünf Sekunden hier. Das stimmt, ja. So, Relais-Station vier und sechs. Da ist der nächste Wegweiser. Da ist ein Bär. Da ist ein Bär. Ja, links. Vor allem ist hier oben ein Aktenschrank. Betten? Nee, eine Plane. Benutzen. Shh. Bär-Stash. Oh! Brands Sägeblatt aufnehmen. Müssen wir irgendwas aufsägen irgendwo? Nee, nee. Bruno's. Siehst du? Das ist, das O ist richtig schwer zu erkennen. Letzte Folge hatte ich den Lesefehler. Das ist Brunos Sägeblatt. Das brauchen wir in dieser Relais-Station. In der wir schon waren, oder? Ja. Okay, dann machen wir erst die neun. Weil es einfach... Ja, aber das wird hier doch auch irgendeinen Sinn haben. Nö, das sieht einfach nur gut aus. Bobby's Maze. Du hast ein kleines Labyrinth. Naja, ein sehr, sehr kleines Labyrinth. Ja. Vieles belastet mich so, dass es jetzt wieder Nacht ist. Ja. Naja, ja. Echt ärgerlich. So, wollen wir erst die vier machen, weil die nach der zwei kommt, oder? Ja, okay. Also ich bin den Berg hochgegangen. Ach, du bist auch da. Okay. Wir müssen halt uns an der Hand nehmen. Wir finden uns sonst nicht mehr. An der Hand nehmen oder Lampen anbringen? Ja. Ein Knicklichter. So, guck mal. Das wird schwierig. Das ist eine Hängebrücke. Äh, nee. Oder? Wie nennt man sie nochmal? Ja, ja. Aber man muss irgendwie... schon darüber, aber... Oh, Steine. Hallo. Hm. Hast du noch einen Pfeil und Bogen? Ja. Willst du mal einfach versuchen, auf den Hebel zu schießen? Ja. Ja. Aber wo ist der Pfeil und Bogen? Wo ist der Pfeil und Bogen? Das war nix. Mann. Das war auch nix. Achtung, geh weg. Oh, was. Ey, dass das geklappt hat, wie cool, Phil. Es hat geleuchtet. Ja, es hat geleuchtet, das war mir klar. Aber dass man das mit der Hand betätigen konnte, hab ich eher gedacht. Ja, hätte auch gepasst, aber... Wie wiegt die Spiele halt so Sinn, ne? Wenn's leuchtet, testweise einfach mal draufschießen. Genau, genau. Es ist so schön still hier. Ja, es ist idyllisch, ne? Ja. Vorsicht, er saß hier nicht zu rasant hoch. Ich bin hier letztes Mal häufiger runtergefallen. Du musst nur in den Kurven abbremsen. Oh Gott, das war knapp. Station 4. Ja, noch so ein Tisch. Es ist viel zu dunkel. Hier ist irgendwas. Ich bin dumm. Bauplan RAW-Aufnahme. Geh weg. Ich hab so ein Teil aktiviert. Und ein Hinweis. Neue Notizen zugefügt. Ey, wo hast du die Lampe her? Die haben wir uns mal gebaut. Du hattest auch eine. Okay. Ah, Brunos Hammer. Wir haben Brunos Hammer und Brunos Säge. Zwei und drei Relaisstationen haben wir erforscht, genau. Wo war der Knopf? Was hast du jetzt? Irgendwas, was hast du noch gefunden? Du hast ja noch... Ach, das Programm hast du... Nee, warte. Ein Bauplan, ein Bauplan. Für was? Äh, so... Ja, ich hab das jetzt vergessen, wie das heißt. Bauplan RAW-Aufnahme. Ach nee, das ist nur Bauplan RAW-Aufnahme stand da, damit man das aufnehmen kann halt. Bauplan RAW. Da musst du das wahrscheinlich erst noch erforschen, denn am Forschungstisch, weil ich sehe da noch nichts. Genau. Okay. Ähm, genau, Notizen. Ja gut, da ist wieder einiges los. Hilfsboot runtergelassen, Nummer drei ist weg, aber ich bin okay, ich bin nicht böse. Okay, ein Haufen Einträge und Programm ist 7. Dezember. Genau, A-Korea und B-Korea. Hier sind, äh, hier ist noch so ein Bett hier oben, aber sonst nichts weiter. Ja, ich glaube... Okay, sehr gut. Das war's tatsächlich schon wieder fast, ne? Hast du die Bilder gesehen und die Winkelkatze hier oben? Die Winkelkatze hab ich gesehen, die Bilder nicht, ne. Ah, nett. Das ist ungefähr mein Stil. Das ist das, was ich auch hinbekommen würde. Ach so, zum Selberzeichnen. Hey cool, lass mal super die Dinger mitnehmen. Ich wollte grad sagen, das wär halt schon cool, ne? Aber... Vielleicht mach mich auf den Weg runter, ne? Mach dich mal auf den Weg runter. Verlauf dich nicht. Ich warte unten auf dich. Vielleicht. Ja, ja. Wenn's gleich zischt, dann hab ich die Treppe verpasst. Wusch. Okay, nice. Ähm, so, das ist die Frage, ob's hier halt noch was zu entdecken gibt, ne? Da hinten ist noch was. Ich zieh die Lampe wieder aus. Ich zieh die Lampe erstmal wieder aus. Der Mondschein muss reichen. Ja. Da hinten ist die nächste Relaisstation. Das ist aber, glaub ich, die zwei. Und Bildbeeren hast du gefunden. Bildbeeren ist gut. Ich weiß noch nicht, für was, aber... Das ist ein Questgegenstand. Hier sind noch so ne... So ne Honigwaben. Ich nehm die mal mit direkt. Hallo? Hallo. Kann ich die bitte bekommen? Okay. Dann sind hier noch Bären gewesen? Nee. Genau, gewesen. Okay, Phil, ich hab jetzt... Ach da! Schön, schön, dass du da bist. Ja, ja. Deswegen hab ich die Lampe ausgezogen, dass du mich nicht mehr findest. Ah, ich wusste es doch. So einer bist du. Clever. Okay, ich packe jetzt hier das ganze unnötige Zeug. Ich geh hier in mein Inventar. Aber ich glaub, das war's hier halt tatsächlich, ne? Von den Bären und den Honigwaben jetzt mal abgesehen, ist hier halt irgendwie nix mehr. Hier hinten geht's raus aufs offene Meer. Ja, ich geh wieder zur Zugbrücke. Okay, ich komm mit. Stimmt, Zugbrücke, nicht Hängebrücke. Ja, naja, die hat auch gehangen an den Seilen. Dann hab ich sie nach unten gezogen. Das ist eine Zughängebrücke. Genau, genau. Da unten kommt er. Ja, ich will nicht so viel Strom... Du kommst. Ich will nicht so viel Strom verballern. Nein, ich erscheine. Ach so. Okay. Ah, es wird wieder Tag. Die Sonne geht auf. Sehr gut. Dann sehen wir wieder was. Weil ich glaub, den Strom, den brauchen wir eher für so Höhlen oder irgendwelche dunklen Relaisstationen. Als jetzt hier einfach nur für die Wanderschaft in der Nacht. Sag mal, Phil, warum gehst du da rechts drunter? Weil, äh... Ach so, nee, schon gut, schon gut, schon gut. Für die Wegbeißer sind. Zwei, dann jetzt Station sechs, sagst du? Ja. Ja, dann schauen wir mal. Das sind wieder Aufgaben für dich. Wo? In der Luft. Yes, direkt. Fünf auf ein Streich, Junge! So, Honigwaben mitnehmen. Ja, mach ich auch. Ich glaub, da konnten irgendwie auch, dann können wir nicht auch Medizin oder sowas daraus machen? Ja, so eine Heilsalbe. Ja, ja. Aber erstmal sollten wir da irgendwie so einen Futterdruck oder irgendwas herstellen. Da konnten wir auch noch irgendwas richtig Spezielles herstellen. Ja, du kannst auf jeden Fall, ähm... Gut, vielleicht mit Glas kannst du ja so eine... Oh, guck mal, eine Couch, die nice. Ähm. Wo bist du? Wildbären. Ja, ich bin bei dir und der Couch. Ah. Du hast ja mir vorbeigeschlichen. Äh, ja, auf jeden Fall... Rosa ist mostly right. Einmachglas kannst du machen. Except wenn Diana says otherwise, Lydia makes the rules unless too. Aha. Ist hier sonst noch irgendwas? Also hat eigentlich Diana die Hosen an. Ja. Nee, Lydia. Nee. Sie macht aber die, äh... Die Regeln. Ja, außer, äh, Punkt 2. Ach so, na gut, okay. So kann man natürlich auch die Leute hops nehmen. Das ist, äh, ganz einfach. Es gibt nur zwei Regeln. Regel 1, ich hab immer recht. Regel 2, wenn ich nicht recht hab, tritt automatisch Regel 1 in Kraft. Ja. Genau, zur Sicherheit. Es gibt Diskussion beendet. So, ähm... Ich glaube, wir müssen nach links. Das heißt vermutlich, dass rechts irgendwas Interessantes ist. Ich glaube auch, dass rechts irgendwas ist. Bist du schon weitergerannt? Okay, du bist schon nach rechts. Ja. Ah! Was war denn das? Der hat sich einfach angesprungen. Alter, was ist denn mit dem los? Das ist der Überbär. Papa Bär. Der ist ja krass drauf. Das dachte ich mir auch gerade. Was, die einen stellen sich schön hin und geben dir eine Ohrfeige. Und er, äh, rennt dich einfach um. Also... Ja, der springt auch richtig. Richtig, ja. So viel, ja. Guck mal, wir... Wir haben wieder so sehr ins Spiel vertraut, dass hier einfach wirklich nichts ist. Oder? Ja, was geht denn noch runter? Ja, okay. Und alle, die das Spiel schon kennen, denken sich so, hey Leute, ihr werdet hier gerade richtig gebatet in eine falsche Richtung, wo nichts ist. Aber hier geht's tief nach unten. Naja, okay. Ohne es... Ohne den Weg gegangen zu sein, können wir es ja auch nicht wissen. Das stimmt, ja. Vielleicht ist ja irgendwo so eine geheime Höhle mit einem riesen Gold vorkommen oder so. Ja. Gut. Also so häufig besorgen wir Gold bis jetzt auch nicht. Ne, da unten ist wieder der Eingang, wo wir herkommen. Dann ist es vielleicht nur eine Abkürzung nach unten einfach. Ja. Genau. Aber die haben wir zumindest erfolgreich entdeckt. Kann keiner was sagen, ne? Jetzt kommen wir oben an und der Bär ist wieder da. Ich nehm schon mal den Bogen. Achso, nee, nee, so schnell kommt der nicht. Na? Na? Wie hieß diese Bohrinsel, wo wir waren? Oder nee, der Yachthafen? Oder nur die Yacht mit dem Ratten? Ähm, Wazagatan. Wazagatan, genau. Dort waren die Sachen auch an der Wand da. Das stimmt, ja. Ich komm hier nicht hoch. Ich will aber hoch. Ich komm grad mal... Ah, explosives Pulver. Das können wir aber nicht mehr herstellen, weil ich nix mehr hab. Wegen dem Netzwerfer. Ja, damit wir Schweinchen und so einfangen können. Ja, und Digimon. Genau, und Digimon, ein Pufffisch. Wo bist du denn jetzt? Äh, ich bin hier wie ein Hillclimber hochgeklettert. Hier, über dir, über dir. Lauf einfach Richtung Relais. Ja, genau. Schau, ich müssen wir jetzt eh gleich wieder runter. Tada! Ja. Aber der Ausflug war schön. Genau. Wir wollen hier auch mal unlineares Gameplay liefern. Ja, rechts. Ist eine Höhle? Ist eine Höhle. Hm. Was brauchen wir dafür? Machete. Nee, Sperr. Axt. Machete. Da hätte ich das auch gesagt, ja. Das ist ein Machetenzeichen. Aber guck mal, wir haben Brunos Säge. Warum können wir das nicht einfach umsägen? Oh Mann. Ich glaub, wir müssen dann, nachdem wir alles haben, die komplette Insel nochmal ablaufen und die ganzen restlichen Rätsel lösen. Ja, wir kriegen wahrscheinlich so ein Macheten. Wie nennt man die Dinger? Diese Blaupausen. Bauplan. Ja. Ein Machetenbauplan. Du, sei mir mal nicht böse, ne? Aber das ist der Weg zu der anderen Relaisstation. Nee, nee, nee. Das kann nicht sein. Nee, nee, nee. Vielleicht müssen wir jetzt erst wieder zur Relaisstation 2 mit dem Hammer und mit der Säge arbeiten. Ja. Damit wir dann da weiterkommen. Dann kriegen wir die Machete und dann können wir wiederkommen. Das klingt wahrscheinlich. Oder wir finden einfach einen richtig coolen Weg, wie wir sonst noch da hinkommen. Hattest du nicht schon einen Bauplan für ein Flugzeug? Äh, nee, den hab ich aus Versehen ins Wasser geworfen. Ja, nass geworfen. Ja. Ja. Tja, das ist jetzt denkbar blöd, ne? Also ich würde jetzt dazu tendieren, nochmal zur Relaisstation 2 zu gehen. Wenn du sagst, dass wir da die Säge verwenden konnten. Kriegen wir hier Fallschaden? Ein bisschen, aber es kommt drauf an, wie langsam du halt runter gehst. Oh je, hast du noch trinken? Äh. Ich bin nämlich, ich bin out of trinken und, äh, who's so arg. Das ist schlecht. Ich kann es höchstens mal mit einer Suppe probieren. Hast du... Nee, die trinkt... Nee. Keine Flüssigkeit. Ich hab ein bisschen Honigdinger. Okay, ah, ich wollte gerade eine Karte aufmachen. Ich weiß nicht, wo es zum Floß geht. Ich kann mich nicht mehr schnell genug bewegen. Wo bist du? Ich geh gerade den Weg nach unten wieder. Okay. Gehst du... Oh nein, Phil. Tja. Ich würde dir jetzt gerne was geben. Hast du eine Kokosnuss oder so dabei? Nee, die hab ich vorsichtshalber abgelegt. Ach so, das ist natürlich gut. Schön. Mhm. Hier sind Bienen. Ich fang die Bienen und du wartest da. Du kannst ja mal gucken, wo es hier am schnellsten zum Floß geht. Mach ich. Ich glaub, irgendwo hier links dann, ne? Ja, sofort. Die Bienen weichen gerade zu sehr aus. Ich stürz mich dann einfach mal in den Tod. Nein, tu's nicht. Doch. Über die Klippe. Du weißt doch gar nicht, wo du bist. Ich hab die Bienen. Komm einfach hier zur Klippe. Welche Klippe? Da, wo du eben warst. Klippe. Oh nein, ich bin weggegangen. Dann geh in Richtung Relaisstation 6. Warte, warte. Kann man nicht auch Salzwasser trinken? Nein. Oh Gott, der Hai ist da. Da, wo der Hai eben war. Weg von Relaisstation 6. Den anderen Weg. Phil, ich werde dich nicht finden. Ich rutsch die Klippe runter. Nein. Nein, bitte. Nein, bitte. Nein, bitte. Ja, toll. Ich bin geliefert. Ich hoffe, das gehört hier noch zur Map. Ach komm schon. Ey, wie unangenehm. Ich werde gleich verdursten. Oh oh. Was war da gerade? Hä? Mein Blickfeld wird langsam schwarz und dunkel. Ich bin halt dummerweise zu langsam, um mich schnell genug fortbewegen zu können, um dann irgendwie ins Wasser zu droppen und dann das Salzwasser zu trinken. Und ich weiß nicht, wo du bist. Irgendwas ploppt hier andauernd auf. Aber ich kann... Ich habe fast die Insel umrundet. Ich bin gleich bei dir bestimmt. Du weißt, wo ich bin. Nein. Aber du weißt auch... Doch, doch, du weißt, wo ich bin. Du weißt auch, dass du mich dann erst mal zu Floß ziehen musst wieder, ne? Kein Problem. Mach ich, Phil. Es geht mir um deine Gesundheit. Ja, ob das geklappt hat, sehen wir dann wohl das nächste Mal, würde ich sagen. Oh weia. 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 Oh weia.